hallo und herzlich willkommen zu dead by daylight mal wieder verlass ruhig die runde wir haben dabei die schönen perks die karte hat die sehr gut zu scheinen sei dann paar zusätze dafür addons eine opfergabe wie groß leichentuch opfergabe ungewöhnlich du beginnst die prüfung so weit wie möglich vom killer entfernt geheim ist der killer weiß nicht dass ich dieses tuch habe ich war überlegen nämlich durch der vereinigen tuch der vereinigung oder tuch der bindung oder das leichentuch ich habe mich dann für das leichentuch entschieden wobei durch der vereinigung und tuch der bindung hört sich auch nicht schlecht an das eine ist mit jemand anderen zusammen spornen sie mit wem zufälliges und tuch der vereinigung war dass alle überlebende zusammen spornen jetzt bin ich nur am überlegen gerade es gibt beim killer tuch der trennung das heißt alle überlebenden starten die runde alleine was ist wenn ein überlebender tuch der vereinigung dass alle zusammen starten und der killertuch der trennung nimmt welches wird außer kraft gesetzt wird dann keiner zusammenscheuen oder werden dann trotzdem alle zusammenscheuen die runde scheuen ich weiß es leider nicht und ich hoffe wir werden das nie herausfinden auch schön generator ich bin soweit wie möglich vom keller weg gott sei dank gott sei dank irgendwie zitter ich trotzdem am ganzen körper der killer bleibt ja nicht auf einer stelle stehen vielleicht ist er gleich hier vielleicht ist er gleich hier vielleicht ist er gleich hier ach der killer hat gar wem auch gott sei dank auch gott sei dank komm komm perfekt bloß weg hier da da aha wird immer die truhe kann ich gerne öffnen ich muss aber gleich zu der netten dame und der hilfe nur ich bin ziemlich weit von der weg ich hoffe ihr hilft wer anders weil ich ja auch so möglich weit wie weg vom klar gespawnt bin hier wer eine taschenlampe braucht ich ich werde mich langsam aber sicher zu der auch sie wurde gott sei dank schon gerettet glücklicherweise hier wird die truhe das ding da gerne öffnen geht aber jetzt nicht hab einen herzschlag gehabt komm hier ist ein generator auch man habe ich ein glück ich hoffe du jagst grad wem anders ich hoffe du jagst grad wem anders schnell generator das ist doch bestimmt ganz in der nähe bloß keine generator hier und hier und hier ist der ist fast tot. Wo 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 denn? Oh Gott sei Dank wurde der gerettet, habe ich gar nicht so mitbekommen. Da hast du den Generator geschädigt oder? Oh nein. Oh nein. Und hat ein Connection lost oder sich ausgelockt weil er tot wäre. Oh nein, es ist der neue Killer. Kein Wunder, dass ich ihn nicht gesehen habe. Dombos jetzt laufen. Hilfe! Es ist Ghostface. Tschüss. Der hätte mit Sicherheit auch in meinen Schrank geguckt. Und ich hatte keinen Herzschlag. Es ist nein, es ist einfach Ghostface. Nein! Nein! Du bist ein echter Ghostface. Ich werde auf jeden Fall nicht... Oh, komm. Nein! 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 Oh nein. Es ist Ghostface. Aber der war eigentlich noch gar nicht am Schleichen. Hätte ich ja unten bei den Überlebenden gesehen, wenn er jemand beobachtet hätte. So. Wir sind noch... Äh, das sind noch zwei andere. Du verletzt da. Ich würde sagen, du machst den Generator. Und, äh... Ich würde sagen, der andere Überlebende rettet mich. Und das ist am besten schnell. Mit schnell meine ich schnell und da nicht noch so rumschleichen. Zu spät. Beim nächsten Mal hängen bin ich tot. Bloß kämpfen. Bloß kämpfen. Bloß kämpfen. Bloß kämpfen. Hier, ein kleiner Camper. Da haben wir einen kleinen Camper erwischt. Ich würde ihm ja gerne helfen und nicht in den Stich lassen. Aber... Äh... Der andere Typ campt. Da kann ich ihn nicht helfen. Selbst wenn ich ihn befreie, bin ich tot. Hat er mich gerade übersehen? Er hat mich gerade nicht beobachtet. Ich bin tot. Ich bin tot. Ade, schöne Karte. Ich bin tot. Oh Gott. Es war so schön. Es war wirklich schön. Mein lieber Ghostface. Ich würde sagen, das war's mit dem Part von Dead by Daylight. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Also... Bis zum Prestige 2 fehlt auch nicht mehr viel. Danke fürs Zuschauen. Äh, Moment mal. Das war das, oder? Alle Überlebenden beginnen die Prüfung gemeinsam. Geheim. Tuch der Bindung, ja. Ja. Das will ich haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und... Wir sehen uns... Ja, ich nehme jetzt noch ein Part Dead by Daylight aus. Also, morgen wieder zu Dead by Daylight. Danke, ciao.